Du bist? Lena Urzendowski. Du spielst? Nora. In dem Film? Kokon. Raupen sind? Wunderschöne, zarte Tiere, die auch ein bisschen merkwürdig sind. Nora liebt? Es zu beobachten. Pubertät heißt? Eine sehr, sehr aufreibende, anstrengende Zeit, die aber eigentlich auch wichtig und schön sein kann. Unsicherheiten während der Pubertät sind? Ich glaube, sie sind das Ein und Alles und sie sind fast so der Inbegriff von Pubertät. Mit 14 bedeutet Freiheit? Dass man sich von der Angst vor dem Urteil anderer frei macht und sich in allen Bereichen ausprobiert. Nora ist anders, weil? Weil sie Menschen erstmal sehr, sehr offen begegnet und sich gar nicht erlaubt zu urteilen. Schmetterling werden bedeutet? Dazu zu stehen, dass man Lust hat, sich auszuprobieren, auch in Bereichen, die erstmal Diskussion und vielleicht Erklärungsbedarf nach sich ziehen, was aber immer am Umfeld und nicht an sich selbst liegt. Allen Mädchen dieser Welt möchtest du sagen? Dass sie es nicht verpassen sollen, aus Angst alles einmal auszuprobieren. Und dass es ein großes Verhängnis wäre, wenn man nicht auch mal versucht hat, eine Frau zu küssen oder mal mit Krawatte rumzulaufen oder einen Anzug anzuziehen, wenn man Lust drauf hat am Morgen.